In Ihren verschiedenen Ämtern haben Sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, die Welt zwischen Politik und Bürgern, zwischen Regierenden und Regierenden nicht größer werden zu lassen. Sie haben von neuen konfliktengeprägten Welt das Versprechen von Frieden, Sicherheit und Wohlstand tatsächlich erfüllt. In Ihren verschiedenen Ämtern haben Sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, im Jahr 2018 wechselten Sie in der Repräsentation, heißt auch im Europäischen Parlament, die Gruppe der Fußabträder der frustrierten Wähler im Internet. Vielen Dank.